Politische Bildung ist wichtig, weil die Dinge oft nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Weil es nie genug Aufklärung geben kann. Weil es mich zum mündigen Bürger macht. Weil sie uns sprachfähig macht. Politische Zusammenhänge sind leichter verstehbar. Unser Miteinander wird besser. Politische Bildung ist wichtig, weil man als Bürger in einer Demokratie die Verpflichtung hat, sich auch zu engagieren. Sie mit dem Leben zu tun hat. Und wir müssen unser Leben gestalten. Weil den Menschen heute mit digitalen Medien unendliche Möglichkeiten der Meinungsäußerung zur Verfügung stehen. Politische Bildung kann die erforderliche Medienkompetenz vermitteln. Weil aufgeschwerte Bürger und gebildete Bürger lebenswichtig für eine Demokratie sind. Weil der Mensch nicht nur vom Brot alleine lebt. Und genau davon handelt politische Bildung. Dass es um mehr geht, als das Fressen.